Sie sind ein Minderjähriger und nähern sich einem rauschmittelhaltigen Sperrbereich. Treten Sie zurück oder Sie werden terminiert. Ja, ich komme mit Eicher. Pech für dich. Minderjährige dürfen da nicht rein. Aber du bist ja kein gewöhnlicher Minderjähriger. Nein. Gib mir einen gescheiten Ratschlag, Freeman. Oh, da ist etwas im Kofferräumen. Was ist da? Was haben wir da? Was? Käse, Shrimp, Parito, Rezept. Wichtiger Gegenstand. Jetzt was? Beschafft ihr eine Tortilla? Nachher was? Kauf super scharfe City Shrimps. Ich muss finden, Sketcher, was dachgereift Käse. Aha. Ah, jetzt müssen wir sie hin, schickt sie als Jaate, pass auf. Vermelden. Jetzt darf ich nicht hier aufziehen, jetzt am Schittifuck da hier. Ciao, Manu! Das war ein Furzen. Wer ist der Furzen? Der Ordnungshüter-Schrott. Gut. Pass bloß auf! Gut. Äh, Tatsch! Uah! Ja! Ich komme ja gar nicht vorbei. Wie soll ich da vorbei? Jetzt ist echt ein Umweg. Jetzt ist ein Umweg. Jetzt ist ein Umweg. Ich komme da gar nicht vorbei. Jetzt muss ja alles umlaufen. Willst du mich verarschen oder was? Ich muss echt alles umlaufen. Nein! Nein! Du, der Weg, wo bin ich noch durch? Ich komme echt nicht dazu. Jetzt ist echt alles wieder retour. Schiss mich höher an! Ah, warte, ich kann da hinten schicken. Irgendetwas dran schiessen. Geht das? Anfurzen? Nein! Hilfe! Ich kann da gar nichts machen! Mir fehlt da irgendetwas wie nur der Nötigdings für das. Scheisse! Ah! Denne ich nochmal. So. Ah! Dann geben wir halt den ganzen Scheiss wieder retour. Jetzt wird er vielleicht unterwegs und etwas anderes machen. Ja, ja. Urlaubspostkarte. Ja, so schön. Oh! Ah, hier! Jetzt kann der andere wieder das WC umschiessen. Das ist gut. Ja, komm. Captain Diabetes, schiess das WC um! Das ist ein Klacks für Captain Diabetes! Jawohl! Komm! Seada, komm! Jetzt! Geht's! Ab! Eeeeeeah! 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 Oh Mann! Okay! Warte! Ja, tschüss! Ah, jetzt ist nämlich die die... Das ist doch der furzende Selbstjustizler! Ja! Ja, das bin ich! Äh... Oh, was sind wir hier? Was ist das? Das... Ernt der von Vogel... Ernt der von Vogel... Lege... Vogel... 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 Ernt der von Vogel... Keine Ahnung! Keine Ahnung! Aber auf jeden Fall... Ja, es ist ein neues Artefakt! Was kannst du mit dem Artefakt machen? Was ist da? Was haben wir hier? Äh... Was gibt's? Was gibt's da? Ah, der... Ah, der ist viel besser! Der ist viel besser! Ja, dann haben wir da hier... Aus dieser Gesundheit-kritischen Treffer... Ja, 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 ja... Top! Tipptopp! Dann haben wir halt den... Genitalien-Dings da später dazu... Es geht auch... Wenn wir jetzt noch nicht... Und da noch etwas... Ich komme da gar nicht dazu! Wieso komme ich da gar nicht dazu? Ah, scheisse! Ich komme jetzt dazu! Oh ja! Juhu! Schauen! Ja, schauen mal! Aber viel weiter komme ich nicht! Oh, da hinten stehe wie ein Kirschchen! Das habe ich ja gar nie gesehen! Wieso sehe ich das nie? Hier... Oh, es kann sie! Kann sie anfurzen? Das geht gar nicht! Das geht nichts! Kreissägen, Sägeblatt, Titan-Schrauben! Schön! Ja, dann... Geh halt hier wieder Nitschi! Sooo... Und jetzt... Und jetzt was? Ja, und jetzt was? Und jetzt was? Ja, und jetzt was? Gehen wir da! Äh, jetzt geht es erst mal zum... 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 zum Tweak! Tweak? Oder... ja, ja... Tweak? Oder... ja, ja... Ja, ja... Mal schauen, was es hat da! Aber das mache ich jetzt per Schnellreise... Lieber da mal wieder alles durchladen... Wohin des Weges? Fantastisch! Dann ist er los! So! Bis dann! Bis dann! Bis dann! Bis dann! Und nehmen ihn zu! So! Ich habe diesen Ex-Freund, den ich jetzt hasse! Und der hat noch meinen Laptop! Wenn er ihn dir nicht gibt, sag ihm, dass ich die Bullen rufe! Er heisst Tweak! Du findest ihn vermutlich im Café seiner Eltern! Gib ihm das! Quakes Nachricht an Tweak! Wichtiger Gegenstand! Und mein Laptop von diesen Pennern zurück! Oh, warte, hier hat es noch zigs! Hier hat es noch zigs! Und jetzt haben wir schon leergeräumt! Das haben wir schon leergeräumt, da! Ah, beim Scheissdreck! Willkommen im Café Tweak! Was kann ich für dich tun? Oh, ah, hier! Ah, nein, da habe ich das Bild an ein Schiff gehaucht! Jetzt haben wir es besser gesehen! Ich muss besser guckseln, da hier! Ah! Das hier! Voll mit Kaffee-Saufen! Ich will keinen Unterschied mehr! Bleib dran! Wir suchen die perfekte Sonnenuntergangsmischung für dich! Hehehehe! Oh, da oben hat es eine Tasche! Da hat es eine Tasche! Da! Ich kann nicht dazu! Scheiss! Ah! Oh, jetzt können wir hier mit dem anderen da das Gerätchen umschiessen in einem Cap-N-Diabetes-Wahrer! Aber hier kommen wir nicht durch! Ah! Das ist ein Scheiss! Ich habe hier auf Heuren! Ah, komm! So, was hast du? Was ist das? Rück meinen Laptop raus, du Arsch! Oh, du arbeitest also für ihn, hä? Ha! Dann sag ihm, er kann seinen Laptop wiederhaben, wenn ich mein Scheiss-Meerschweinchen zurückkriege! Ha! Wir haben es gekauft, als wir zusammen waren, aber Stripe gehört mir! Ha! Ich habe bezahlt und noch den Kassenzettel! Ha! Findest du es richtig, dass er Stripe behalten darf, obwohl er mir in den Rücken gefallen ist? Sag ihm das mal! Ja, das ist ein Scheiss-Meerschweinchen! Wenn du das Tweek gibst, dann sag ihm doch mal, dass man keine Bedingungen zu stellen hat, wenn man jemanden sitzen lässt! Das hin und her jetzt schon wieder! Willkommen, Kaffee, Tweek! Was kann ich für dich tun? Oh, jetzt ist mal ein Selfie! Komm! Hallo! Nein, das geht nicht! Nicht bevor Tweek und Craig sich wieder vertragen! Oh Gott! Der halt! Da! Hey! Wenn du Kaffee willst, kauf ihn bei meinem Dad! Du hängst mit Craig ab, oder? Redet er manchmal über mich? Was müssen wir jetzt mit dem machen? Scheisse! Äh, wo habe ich die Quests da? Wo habe ich das? Äh! Missionsliste? Was? Was müssen wir jetzt? Findest du Rape in Craigs Zimmer? Aha! 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 Was scheisse mich eigentlich höher an? Ist da wieder... Ist da wieder alles rot durch? Oh Mann! Nein! So eine Scheisse! Ich kann unterwegs nicht etwas anderes machen. Z.B. da Nietzsche! Jetzt gehe ich hier Nietzsche! Über den... Ah, hier ist auch noch zu! Scheisse! Ah! Ich kann ja Blitzreise machen! Hier im Brennarrgir! Zuerst mal schauen, was... Was es da hier hat! Sag ihr wieder da zum... Zu dem verblöden Kuse da! So! Voila! Hallihallo! 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 Willst du jetzt eine Schnellreise, denkst? Allein, der Schick! So! Ich bin der Schnellste in der Stadt! Ich bin der Schnellste in der Stadt! Das wissen wir! Ja! Komm! Ich bin der Schnellste in der Stadt! So! Bitte schön! Bitte schön! Bitte schön! So! Ah! Jetzt kann ich hier! Endlich! Er kann das hier umschmeissen! Er kann mich dann hier oben noch dazu! So! Gut! Komm! Captain Diabetes! Ich bin der stärksten Superdiabetiker der Welt! Ja! Fungerzaun im Anflug! Bis denn! Aha! So! Schön! Ah! Wieder ein schönes hier! Ein schwuler Bild! So sexy! Oh nein! Ja! Gut! Nehmen! Was ist das? Was? Kolossanzug! Kostüm! Kolossfeisten! Und was? Kolossgesicht! Kostüm! Was ist das? Was soll das für ein Blöden? Für ein Blöden! Für ein Blöden! Das Kostüm sein! Was ist das? Ja! Der alt! Oh! Ich habe vergessen, wo ich müsse! Hier! Welches Haus ist das? Oh nein! Ich muss nach rechts! Ich muss nach rechts! Scheisse! Hier! Hier, Miets, Miets! Komm, Mietsi! Das richtige Gehörse! Ah, schau! Ja! Wo hast du noch? Im Hinterhof! Im Hinterhof! Was machst du da? Spielt schön zusammen, ja? Ja, ja! Intusion ist das Motto des Tageskinder! Ja, ja! So! Bin wieder da! Oh nein! Oh nein! Wieder der Cousin! Hörst du dich bitte um mich! Schau, Kyle! Da ist das Wiesekind, das mich verprügelt hat! Ja! Oh nein! Haltet ihn auf! Keine Sorge, Kyle! Ich habe diese Supersensor entwickelt! Mit denen es für uns fast unmöglich ist, verprügelt zu werden! Ich muss mich aushalten! Mach bitte! Bitte, dass er abhaut! Bereit für dein Ende, fieses Mobbing-Kind? Gott! Besiege den Human-Kite-Doppelgänger erneut! Jawohl! Diese Barriere ist wie das Rote Meer und im Moses kommt ihr hier nicht durch! Aha! Bist du dir sicher? Ist du da sicher? Guck, dann gleich hier, ha? So! Lass mich den Kuhn! Oh, schau! Das nenn ich mal Kuhn-Lögendkeit! Oh, schau! Ich kann es einfach kaputtgemacht, ja! Ich soll jetzt angreifen, ja! Oh nein! Oh nein! Hau rein, neuer! Okay, Scheiss! So, für das soll ich auch einen Weg räumen, mit einem Dreifachbranzen. Ah, dann ist es wieder zu spät. Diabetes time! Oh, zum Beispiel jetzt ist es einfach. So sagt man kein Schmerz. Ah, ist auch kaputt. Glatt, glatt, was auch immer. Mach sie glatt. So, eine Barriere, drehe. Ich habe genug von dem Pack. So, jetzt teste deine Barriere. Bist du Bluter? Na, wir werden sehen. So, jetzt gibt es einen fiesen. Schrecklicher Kratzer. Ah, alle zu früh. Ist das mein Blut? Ich habe noch nie zuvor mein Blut gesehen. Okay, ich werde das Verrücktes versuchen. Haltet euch fest. Ja. Das mein ich zu fest, oder? Ich will niemanden schlimm verletzen. Ah, habt ihr gelaufen. Schlag sie für den Kuhn vor die Kiste. Steine hier. So. Ja, äh... Leg mich mal durch. Einfach überdrehen, komm. Einfach überdrehen. Abfall. Abfall zu der Brille. Jetzt blüht er und brennt er. Abfall zu der Brille. Abfall zu der Brille. Es ist fürchtet nichts. Jetzt leg mal die Barriere kaputt. Komm. Wieder zu früh. Egal. Die Barriere ist kaputt. Danke. Ja, dann mach mal etwas. Dann kannst du gleich nichts machen. Warte so. Ja, das ist dein Tod, oder? Oh nein! Oh nein, der Dingsl ist mir im Weg! Ich hab was für dich! Dann hat wohl der Finger, komm! Ich kratze im Hals halt wie ein Hustel und Sponbon! Das ist für Scrambles, ihr Bastarde! So, jetzt bist du aber fertig. Jetzt ist fertig! Was machen wir? Ja, kratzen, komm! Wieder kratzen! Und! Ja! Jetzt reicht's aber! Oh, gibts mir dreckig Wut! Okay, okay, jetzt reicht's! Das habt ihr davon! Jetzt wird Humankind seinen hebräischen Glauben nutzen, um die Macht des Windes anzurufen! Ich mein Schückinger! Nein, mach das nicht! Mach das nicht! Möge die Kraft des Windes bei den Drachen in die Lippen! Ah, er hat dich losgerissen! Oh nein, mein Drachen hängt in den Baumkussern, Kyle! Dann gib auf! Keine Sorge, Superkumpelkusser! Ich hab vielleicht keinen Drachen mehr, aber ich hab noch meine Superwaffe! Was? Tante Sheila, diese Kinder ärgern dich! Oh nein! Oh nein! Wer ärgert dich hier? Oh nein, jetzt kommt hier! Oh nein! Oh nein! Aufsicht, Tante Sheila! Hey, mit dem Lied einfach hier! Ich weiss, dass ich's vermasseln werde, aber gut! Oh leck! Oh nein! Oh nein! Ah, schau das nicht, Blödsack! Hehehehehehehehe Hehehehe Hehehehe, krägerweise! Hehehehe Ja, was macht er? Stösst ihn fein zurück. Jawohl, passt. Das andere auch. Was ist das auch? Nein. Nein, er stosse nicht zurück. Ja, aber das hier. Furz und er stosse zurück. Achtung, Astroschlag! Yes! Alter, das ist meine Mom! Hört mal alle auf! Wir treiben es zu weit! Scheiss drauf, die Burschen müssen überleben werden! Ja, dann ist sie ja! Ihr wagt es euch auf meinem Grund und Boden mit meiner Verwandtschaft anzulegen? Euch lag ich tot! Ja, Mom! Ruhige dich! Passt gut auf, jetzt werde ich mit einer Elektrizierung beteiligen! Nein, nein, mach das nicht! Uh, er ist zum Blick, Schatz. Achtung, einen ab! Kamillentee machen! Uh, uh, so. Was haben wir jetzt? Was haben wir jetzt? Was ist das? Wir machen hier Insulin-Shock! Stösse, geh jetzt! Geht er zurück und verlangsamt sie! Bietet Schutz! Ja, machen wir das! Komm, komm! Insulin-Shock! Otsch! Ist meine Mama im Arschloch! Keil! Lass von meinem Bubel weg, der kleine Monster! Von meinem Bubel! Oh ja, kann ich nicht viel machen! Einmal! Oder doch! Musst du den Bubel? Ah nein, den Bubel nicht! Ah, der Dings kämpft gar nicht mehr mit Eis, oder was? Wir müssen hier mal... Ehe mal einen heilen, komm! Irgendeinen heilen wir jetzt! Was ist denn Burrito? Burrito! Welcher heilen wir denn? Was für eine Scheisse! Wo bist du? Ja, zeig mir das nicht an, was er da hat! Ah doch, ja! Ist auch wahr! Ja, komm, wir die noch heilen! Driehen! Ja! Aha, ist nur verlangsamt! So! Oh! Oh! Alle kaputt! So! Yes! Spezialangriff! Da hier! Oh! Oh! Das ist nicht eure Einer rein! Ich hab mir wird schwummrich! Ich brauch nen Salzcracker! Hä? Nein, was machst du? Siehst du! Ist es nicht schöner, wenn alle zusammenspielen? Ja. Hütet euch vor meiner Mum! Mann, sie reisst euch die Ärsche auf! Keil, Bockfahrt! Oh nein, mach das nicht! Oh, danke Leute, ich blute! Keils Mom, nein! Geht's dir gut? Ja, alles ok, Mom! Verrecken! Leck, das ist doof! Ah... Was machen wir mit dir da? Die A-Zinnt, oder was? Äh, was ist am sinnvollsten... Ja, wieder mal hier einen anfurzen, komm! Komm! Ah, jetzt werde ich da hier! So, voilà! Jetzt wirst du angegräuselt, hey jetzt! Oh nein! Nein, 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 hallo! Wie redest du? Ja... Was machen wir mit dir? Was machen wir mit dir? Was machen wir mit dir? Voll los auf die Schnur, komm! Voll los auf die Schnur, hat er gerade kaputt, komm! Ja! Ja! Bubele! 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 Komm wieder auf die Beine, A-Zinnt! Jetzt lädt mich in Ruhe! Also los! Äh, ja... Oh ja, hier, das gibt einen Rückschlag, Achtung! Langsam einen Rückschluss verursacht! Gut! Omega Crash! Omega Crash extra! Oh ja, komm! Bist ihr nicht, oder? Oh, nicht ganz! Oh, nicht ganz! Fast! Fast! Und verlangsamt, yes! Ja! Mach auf, Supercrate! Bleib bei der Sache! Jetzt wird's lustig! So! Und, und... Jetzt machen wir nicht kaputt! Alles zu früh! Das läuft genau wie geplant! Fertig! So! Und wir haben freigeschaltet... Und wir haben freigeschaltet... ...das Dreidel der Rache-Artefakt... ...maximales Jersey... ...DNA... ...und 1,4 Geld! Sehr schön! Jawohl! Dann geissert der Artefaktesammler! Auf zwei! Ganz toll, Jungs! Kyle, geh und ruf die Polizei! Die sollen diese Kinder verhaften! Nein, nicht, Mom! Ach, ja! Ach, ja! Weißt du, ich habe... ...es nicht ertragen, dass mein Cousin mir dauernd alles nachmacht! Humankeit geht es ums Menschenretten! Nicht um das Judentum! Schaut euch mal an, was ihr angerichtet habt! Ich sollte deine Freunde alle anzeigen! Und da, mein Drachen hängt im Baum! Tut mir leid! Bitte, ich mach's wieder gut! Du wirst deinen Cousin ab sofort mitspielen lassen! Ist das klar, junger Mann? Hey, Kyle! Tante Sheila sagt, ich darf euch mitspielen! Ja, manchmal darfst du mit uns spielen! Ippi! Und jetzt holt's einen Drachen aus dem Baum! Vorher wird nicht weiter gespielt, verstanden? Komm, wir tun dir Desinfektionsmittel drauf! Ich hasse handelsübliche Desinfektionsmittel! Vom Nidukain kriege ich immer Eczeme! In meinem Büch habe ich es gesperrt! Schon seit Wochen! Bis zum nächsten 주�